Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder eine Karte aus meinem Deck. Jenseitsbotschaften. Jenseitsbotschaften für jeden Tag. Du wirst merken oder spüren, dass diese Karte für dich ist. Und du wirst auch merken, welcher Verstorbene dir diese Nachricht sagen möchte. Auch hätte ich noch freie Termine für Jenseitskontakte am Ende dieses Monats. Wenn du buchen möchtest, kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben. Da war der Stopp. Leid und Trauer sind Erfahrungen, die dich das Glück des Lebens erkennen lassen. In jedem menschlichen Leben gibt es Höhen und Tiefen. Erfreue dich an den schönsten Zeiten und wachse an den weniger schönen. Jede Herausforderung im Leben ist eine Chance. Auf einen Neubeginn. Gehe mutig die notwendigen Schritte und wachse an den Aufgaben deiner Seele. Das ist die Botschaft, die dir ein Verstorbener mitteilen möchte. Danke, dass du dieses Video bis zum Schluss angesehen hast. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Alles Liebe, euer Michael.